Die neue Seminarreihe Kommunikationsstark im Unterricht setzt sich für angehende Lehrerinnen und Lehrer ein. Das Besondere ist, dass wir praktisches Erfahrungswissen aus dem Lehrerberuf und Expertise aus der Ausbildung von Multiplikatoren in der Wirtschaft bündeln. Und dabei schaffen wir eine Atmosphäre, in der sich die Teilnehmer ausprobieren können. Und wir trainieren das, was wir den ganzen Tag praktizieren, Kommunikation. Ich bin auf das Seminar aufmerksam geworden, weil mir in Facebook die entsprechende Seite Kommunikationsstark empfohlen wurde von einem Bekannten und habe mir da entsprechend die Informationen durchgelesen und habe mich daraufhin auch gleich übers Internet angemeldet. Das Seminar Kommunikationsstark im Unterricht richtet sich an alle Lehramtsstudenten, die sicher, authentisch und erfolgreich vor Gruppen sprechen möchten. Kommunikationsstark im Unterricht bringt Antwort auf drei Fragen. Wie wirke ich auf meine Klasse? Wie ist meine Kommunikation als Lehrer? Wie kann ich die noch verbessern? Das eintägige Intensivtraining zur Stärkung der kommunikativen Kompetenz wird an ausgewählten deutschen Universitäten im laufenden Sommer und kommenden Wintersemester kostenlos angeboten. Hierfür haben die Trainingsagentur JustAsk, COTEK, der Medienanbieter im Bildungsbereich, und der Vorsorgespezialist im öffentlichen Dienst Münchner Verein ihre Kernkompetenzen gebündelt. So haben die Lehramtsstudenten drei starke Partner an ihrer Seite, die ihnen bei den Herausforderungen, die der Lehrerberuf an sich stellen wird, wertvolle Hilfestellung leisten. Also ich hoffe halt hier ehrliches Feedback zu bekommen, ohne gleich irgendwie negative Rückwägungen zu haben. Wenn ich das zum Beispiel erst im REF erfahre, das Feedback, wie ich kommuniziere, wie ich von der Klasse stehe, dann macht das ja jemand, der mir eine Note gibt. Und ich habe gedacht, ich hole mir das einfach jetzt schon und kann mich noch optimieren. Universitäten könnten Lehramtsstudenten auf drei Arten unterstützen, nämlich durch ein entsprechendes verpflichtendes Kursangebot mit dem Ziel, ein digitales Berufsethos zu entwickeln, ein ebenso verpflichtendes Berufsangebot, was Unterstützung und Hilfestellung gibt beim Entwickeln der digitalen Arbeitsstruktur und natürlich auch verpflichtende Kurse im Bereich der kommunikativen Kompetenz. Der Münchner Verein beschäftigt sich sehr intensiv mit der Zielgruppe öffentlicher Dienst, ist Spezialversicherer für Beamte und wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Lehramtsstudentinnen und Studenten während ihrer Ausbildung, gerade zum Ende der Ausbildung, sehr stark natürlich mit ihrer Prüfung beschäftigt sind, mit der Organisation ihres zukünftigen Berufes, aber dass sie überhaupt keine Zeit haben, sich mit Fragen der Versorgung zu beschäftigen. Da sind wir kompetenter Partner und wollen entsprechend hier die Studenten unterstützen für ihre zukünftige Versorgung im Bereich Beihilfe, Beamtenversorgung und so weiter. Die neue Seminarreihe Kommunikationsstark im Unterricht setzt sich für angehende Lehrerinnen und Lehrer ein. So werden Lehramtsstudenten kommunikationssicher für ihren ersten Unterricht. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020